Mein Name ist Lina Du Hong. Mein Name ist Sui Ting Bo. Qi Gong ist eine der bekanntesten Heilmethoden aus der traditionellen chinesischen Medizin. Sie wird von der TCM nicht nur als aktive Behandlungsform und als Selbstheilungsmethode, sondern auch als das Fach der Lebenswissenschaft, als eine eigene Forschung angesehen. Qi Gong sickert durch fast jeden Bereich der traditionellen chinesischen Kultur und spiegelt ihre Wertschätzung wider. Die eigene Aktivität zur Gesundheitsförderung, Vorbeugung und Heilung wird von der chinesischen Tradition hoch geachtet. Viel Erfolg beim Erlernen der TCM-Formel.